dann bauen wir jetzt mal skills priority er dann die q dann rechte maustaste dann eh ok welches item bauen wir als erstes muss man mal gucken ich habe hier den crunch crunch punch katze rastet er wieder aus neben mir also so schnell krieg ich den jetzt nicht tot erst mal rechtsklick skill 9 kann der was machen der crunch eigentlich nicht oder er muss ja eigentlich back und dann kann er nicht fahren also eigentlich kann er ja nichts machen oder was soll er machen ich will jetzt gleich den green wofür kann er denn sein dash machen ja doch keine ulti so green buff ist da ich muss jetzt aber so machen ohne mana zu verbrauchen weil ich habe nämlich gar kein mana mehr g für arcane search gegen den crunch an enemy has been slain an ally has been slain sehr gut schade come to me come to me ich habe wenig mana und viele minions sehr viele minions zwei minion waves oh nein oh nein oh nein oh nein die minions laufen alle in den tower ich gehe einmal weg was soll ich bauen arcane search an ally has been slain digger das ist ach hier search ok 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 steht 2 zu 3 bei mir ist ja bisher noch nicht so viel passiert außer dass der crunch mich nicht mag der right click ist super um die big min lol ich habe den crunch auf meiner guck mal hier ich habe den crunch an meiner hose hängen den mini crunch ich habe da leider kein wort mehr ich habe da nicht so viel passiert hier du bist Also das hätte man hier auch schon Kann man ja hier auch besser spielen Noch ein bisschen besser freezen Kriegt der von da noch Erfahrung, wo er steht? Boah, Minions, Alter Greift doch mich jetzt nicht an Scheiße Scheiße Hä? Über sieben Also da dürfte er keine Erfahrung mehr bekommen, oder? 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 Alter, der will es aber wissen, ey Der kann ja gar nichts machen, der tut mir ein bisschen leid Aber eigentlich ist mein Team kackbisschen rein Ja, der Nabisch hat jetzt da noch geholt Was spielt eigentlich Koopa? Geht hin Okay Ich hab hier schon wieder kein Wort mehr Und ich hab aber kein Wort mehr dabei Würde ich mal als nicht so gut bezeichnen Aber egal Mitte ist ja gepusht Kann mir den Greenbuff holen und vielleicht auch den Goldbuff Den Greenbuff und den Riverbuff Okay, Riverbuff ist keiner da Geht hin, ist auch wieder auf der Lane 42 Sekunden ist der wieder da Amplifier kostet 2000 Was hat er jetzt gekauft? Endurance, Energy Armor, ja, macht natürlich Sinn Okay, das lippt vollkommen aus Jo Ich bin tot Okay 1200 Und Stiefel kann ich kaufen Kannst dir deinen Sentry für 75 kaufen? Der bleibt die ganze Zeit, bis ihn wer kaputt macht Sentry Bester Ab, bis ihn jemand kaputt macht Okay, dann kauf ich mir den Schade, dass er mich jetzt da verprügelt hat Nach jeder auf Crunch getroffene Fähigkeit Macht deine Base-Dings doppelten Schaden Sieht er mich jetzt? Wenn ich jetzt von hier runterspringe Digga, wo hat der das Schild her? Lol, Muriel ul- Alter Muriel ultet ihn Ich denk mir, wo hat der das scheiß Schild her? Bari ultet hier irgendwo durch die Gegend Ah, jetzt räumt das Team da hinten mal auf Was ja schon mal sehr gut ist Shit Ihr blöden Säue Ei, ei, ei Also seine Energy Armor Knallert schon rein An enemy has been slain Come to me Here you are Stop there Get in Lol Ich kann nichts machen Ich häng fest Ich häng einfach fest, Alter Habt ihr das gesehen? Wie ich festhing? Was, was für ein Bullshit Naja Was ist das hier? Eine Alpha, Beta, Gamma Was ist das für eine Version? Ähm Das hier baue ich, ne? Kann ich nur so einen Pinnüppel bauen Ah ne, das hab ich ja schon 800 Ich hab auch Decentry jetzt gar nicht gestellt Ja, wir wurden ganz schön verprügelt da jetzt gerade, Gideon Ich war rooted von der Muriel, bist du sicher? Kann natürlich sein, die hat ja den Root mit der passiven Aber es sah richtig weird aus Ja, der Crunch Punch hat jetzt auch zwei Kills Das macht die natürlich jetzt etwas selbstbewusster Vor allem, weil der weiß Was die so eine fiese Muriel dabei haben Och ne, Alter Sind wieder tot Was soll ich machen? Drei Leute Drei Leute auf meiner Lane Und die Minions blocken sofort, wenn man Auto-Ethits macht Ja, das ist mir schon klar Aber jetzt kann ich das Item kaufen Warte mal, noch 10 Sekunden Ja, das schaff ich Sentry Arcane Search Glaub ich baue Eldritch Hm Die Gegner haben sogar den Raptor bekommen Birchen leer Ist noch ein Schluck drin Aber wenn ich jetzt so tief ins Glas gucke Dann fällt mir mal mein Headset vom Kopf Kalari? Was mit Kalari? 0-4 Hab ich mir gedacht Ey, der Schuss kommt einfach nicht da an, wo man hin zielt Ich kann nichts machen gegen den mehr Er verprügelt mich einfach so Ich komm da weder weg Noch kann ich ihn irgendwie Im Kampf besiegen Frag deinen Jungle mal, ob er auch vorbeikommt Ja Brauch ich nicht den Lappen Okay Dengar Ist was tot? Gideon hätt ihn ulten können Also mit dem Ding hier am Anfang zu bauen Fühl ich mich nicht so stark wie Das andere Gideon hat die Midlame verloren Ja stimmt, ich brauche die Schuhe auch noch Oh, zu langsam So, jetzt hab ich ja auch mal den Tower geholt Immerhin etwas Jetzt kann man mal rotieren gehen Ejo Das letzte Runde hier Wird nicht aufgegeben Will doch die alte da Achso, ja Werden wir Minions Sehr, sehr gut Oh, guck mal da Oh, da kann ich nichts gegen machen Ne Nix zu machen Ähm Eldridge 4 gegen 5 Wer fehlt denn Achso, Kalari Kalari feedet etwas Naja Ich glaub die steht nur noch in der Ne, die bewegt sich noch 0,5 Ja geil Aber ich stehe auch schon 2,5 Also Ich feede auch etwas Also das Item als erstes bauen Finde ich nicht so sinnvoll Weiß ich nicht, ob ich das überhaupt bauen würde Basic Attack macht dann zwar mehr Schaden Oh, Baby, ein Double Noch geslaut? Hab sie leider nicht Nix hab ich sehen Oh, jetzt hab ich das falsche gescahlt Können wir D2 holen? Leider kein Raptor da Die wollen den in der Polen? Nee Wollt ihr nicht, oder? Mach dem gar keinen Schaden, Alter Nee Nee Nein Die hat das Schild bekommen Was soll ich hier noch bauen? Ich brauch mehr Damage Oder? Ja Ich baue erstmal Damage Eldritch hab ich schon Ich brauch mehr Damage Und dann baue ich den Totenkopf Der wird gar nicht hier vorgeschlagen, oder? Nee Das ist der Ton eigentlich, der die ganze Zeit ist Hört ihr das? Er ist nicht so gut auf Morigash Lol, ein Gegner ist raus Abukram, wie heißt der? Hoffentlich Crunch Nee Sparrow Hm Die Kalari, geh nicht dahin, bitte Wo geht dran? Oh, rechts wird gekriselt Die Kalari, geh nicht dahin, bitte Was ist der Tonkantin? Oh, rechts tut Ich weiße, dass ihr das Das ist der Tonkantin? Ich weiße, dass ihr das Ich weiße, dass ihr das Ähm, Raptors? Sind wieder gespawnt. Wenn du dem Crunch wieder mehr Schaden machen willst, ist das Buch auch sehr gut. Dann nützt ihn sein Energy-Armor auch nicht mehr viel, ja? Ich baue jetzt erstmal den Amplifier und dann gegebenenfalls. Ich weiß nicht, was der Camara noch bauen wird. Momentan hat er ja nicht so viel Magic-Armor. Voll auf die Fresse, Alter. Power rechts. Ist ja noch nicht so wirklich, was passiert. Kein In-Hip weg und so. 23 Minuten im Game. Was ist das da? Hä, was ist das hier für ein Kreis? Irgendwie Kornkreise hier, oder? Hallo, der Nabisch. Der Crunch hat dich mit seinem Bild gecountert. Der Rest ist free für dich. Ja, dann fokussiere ich mich halt auf den Rest. Vor allem auf Chimera. Oh Gott. Gehen wir den Goldbuff. Enemy has reappeared. Der Camara in Mitte können wir wegkwieseln. Oha, der hat irgendwas abbekommen. Der Granger. Punch-Crunch. Ich bin tot. Sparrow macht den Jungle. Sehr gut, Sparrow. Man muss erstmal auch, man muss Prioritäten setzen. Man kann nicht immer fighten. Man muss auch mal junglen. Vor allem, wenn man Sparrow ist. Jetzt habe ich diesen Ward dabei und habe den noch nie gestellt. Egal. 1200 noch. Da muss man nicht mal rein und eine Ulti zünden. Nee. Erstmal, ja, erstmal, erst mal fünf Minuten vorher die Ulti zünden. Ja, schön. Machen die Primus. Die machen Primus. Dann gehe ich schon mal rechts setten. Weil bis ich da bin, ist der Prime tot. Aber rechts läuft, glaube ich, gegen uns. Links pusht Chimera, aber okay. Da können wir jetzt nichts dagegen machen. Ja, die, also. Weiß auch nicht, was mit der Sparrow ist. Aber 8-6 ist ja okay. You have taken the Orb Prime. I have taken the Orb Prime. Ich glaube, nach dem Ding baue ich, äh, Energy Penetration, weiß ich gar nicht. Oder die Slow-Kanone. Weil eigentlich ist nur Crunch, der mir mehr Probleme macht. Wie du schon sagst. Das ist eigentlich nur der Crunch. Warum sind überhaupt noch 17 Zuschauer? Und dann müsst ihr nicht irgendwann mal pennen gehen, Digga. Wir haben 4 Uhr. Okay. Äh. Ah! Oh! Oh! Crunch Punch! Alter krank Easy Oh Leute ich bin durch für heute Alter war das crazy Ja also das Ding hier hätte ich nicht als erstes gebaut Das fand ich irgendwie wack Aber ansonsten Die anderen Items sind schon gut Alter